ich habe meine uhr im auto liegen lassen um den 19 januar frühestens morgen kommt das video hoch es ist sehr kurz ich wollte euch nur sagen es sind neue vlogs angedreht der zweite datteln sampler ist raus dann war ich bei der rosa parks aber es ist saukalt ich glaube ihr wisst alle das es saukalt ist und was fucking next i have no fucking idea also ich wurde von ein paar leuten angesprochen ob die bock haben ob ich auch bock habe mit den zu malen legal das wird dann denke ich irgendwann im frühjahr kommen für mich persönlich übertriebene sachen gibt es nicht ein paar wände werden kommen das weiß ich ist schon besprochen abgesprochen letzte schild was mich angeht und sonst das ruhrgebiet ist voller farbe ich habe in den letzten videos euch einige blogger angeteased oder werbung gemacht für andere blogger dieses ruhrgebiets farben colors dann ist das ein typen da ist helge der ist ganz cool irgendwas mit zahlen dahinter ist nicht alter ist ja auch egal ich wollte nur einmal nach zwei sachen wochen sagen blogs ist coming aber es kalt arbeiten dies das jenes also gefilmt habe ich schon das eine ding ist einfach zu kurz das andere ding halt auch ich habe ja bei den rosas immer sowas gemacht dass ich manchmal auch mehrere termine zusammengeklebt habe recklinghausen süd ähnliches problem die spots wo ich viel bin in recklinghausen süd habe ich alle gefilmt ich glaube ich habe ein neues throw up irgendwo entdeckt aber noch nicht gefilmt in diesem sinne eine wand werde ich noch mal demnächst filmen die dali wand in recklinghausen die ist gerade freigeschnitten und da ist noch viel viel mehr in der ecke aber kommt zeit kommt video ich wollte euch nur ja wie sagt man just to tell you just to tell you after all the time just to tell you es geht weiter kein ende in sicht nrw m a t e